Sehr geehrte Damen und Herren, angeblich wollen die Grünen die Schule für junge Menschen unabhängig von Hautfarbe und Herkunft zu einem sicheren Ort machen. Das wäre ja ein schönes Ziel, aber darum geht es gar nicht. Denn unsere Schulen sind schon ein sicherer Ort für junge Menschen, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft. Niemand wird an unseren Schulen wegen seiner Hautfarbe und Herkunft ernsthaft bedroht. Und ausgenommen vielleicht deutschstämmige Schüler, die als Kartoffel verunglimpft und drangsaliert werden, aber gerade um diese Klientel geht es ihnen ja ausdrücklich nicht. Nein, die Schule zu einem sicheren Ort zu machen, das ist nur ein billiger Vorwand, der ihr wahres Anliegen verschleiern soll. Die Mehrheitsgesellschaft ist nach ihrer Auffassung krank. Sie ist geprägt durch Rassismus, Klassismus, Sexismus, Antisemitismus und weiß der Teufel, was sie sonst noch für Sismen und Zismen aufbieten. Und deshalb muss die Gesellschaft kuriert werden. Der gesunde Menschenverstand, die normale Wahrnehmung der Welt, die tradierten Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, die bewährten Geschlechternormen. All das muss den Bürgern durch grüne Rassismus-Exorzisten ausgetrieben werden. Das ist ihre Idee. Sie wollen die Schulbücher durchforsten und umschreiben. Wahrscheinlich sollen normale Männer und Frauen durch Drag-Queens ersetzt, gleichgeschlechtliche Paare mit adoptierten Kindern eingefügt, normale Familien entfernt und alle Personenbegriffe gegendert werden. Herr Dr. Tilschneider, könnten Sie vielleicht bitte Ihre Lautstärke etwas mäßigen, weil das doch sehr unangenehm zum Zuhören ist. Ja, wenn das... Ja, Sie etwas ruhig, etwas wenig oder mehr Abstand zum Mikrofon nehmen, wenn es nicht anders geht. Wenn das Auditorium entsprechend zuhört, mache ich das gerne. Ich frage mich jedenfalls, was hat das damit zu tun, was hat das damit zu tun, die Schule zu einem sicheren Ort zu machen. Dann wollen Sie diverse Beschwerdestellen einrichten, was nur dazu führt, dass jeder jedem anderen Probleme bereiten kann, indem er behauptet, der andere habe irgendwo einmal Neger gesagt. Sie öffnen, Sie öffnen dem Denunzianten Tum, Tür und Tor. Sie wollen unsere Kinder zu charakterlosen Pätzen erziehen, die sich für ihre Politik instrumentalisieren lassen. Fui Teufel, sage ich dazu. Dann soll eine ganz neue kultursensible Bildung eingeführt werden, was nichts anderes heißt, als dass keine Differenz mehr zwischen dem eigenen und dem Fremden gesetzt werden darf, sondern alle sich mit einer faden Beliebigkeit und allgemeinen Gleichgültigkeit abfinden müssen. Was Sie wollen, das ist das Horrorszenario einer totalen Verhaltens- und Gedankenkontrolle in einer geschlechts- und kulturlosen Wahnsinnswelt. Was Sie wollen, das ist eine Umerziehung und eine Indoktrination, wie Sie Vergleiche mit den kommunistischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu scheuen braucht. Im Namen der Vielfalt greifen Sie die Grundlagen unseres Gemeinwesens und die Grundlagen der Conditio Humana an. Sie sind Verfassungsfeinde, Sie sind Staatsfeinde, Sie sind in letzter Instanz Menschenfeinde, denn Sie wollen einen neuen Menschen schaffen. Sie setzen dafür in der Schule an, Sie vergreifen sich an unseren Kindern, Sie vergiften das Klima in der Schule, aber es sei Ihnen gesagt, wir, die AfD, werden Sie aufhalten.